Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute wird über Usman vs. Burns geredet, aber auch über Overeem gegen Volkov. Lasst gerne eine Bewertung da und ein Follower bei Spotify, iTunes, ihr kennt das Ganze. Heute spreche ich zuerst ein bisschen über die vergangene UFC Fight Night. Die war wirklich sehr, sehr gut, also auch Darius und Fehera haben sich einen guten Fight geliefert. Corey St. Hagen hat Frankie Edgar in 27 Sekunden ausgenockt. Und das finde ich immer so schade, vor allem ein Frankie Edgar, der eigentlich ein super tougher Typ ist. Ein Kämpfer, der immer kämpft, egal gegen wen, der immer gegen die Besten kämpfen will. Schade, dass er da so böse ausgenockt worden ist, aber auf der anderen Seite war das auch einfach eine Meisterleistung von Corey St. Hagen. Ich hoffe, wir sehen jetzt St. Hagen gegen den Sieger aus Piotr Jan gegen Elgermain Sterling. Die beiden kämpfen bei UFC 259 gegeneinander, also Sterling und Jan. Da geht es dann um den Titel im Bantamweight. Corey St. Hagen hat sich jetzt mit einem Win gegen Marlon Morales und eben auch Frankie Edgar in meinen Augen ein Titelfight gesichert. Ich will nicht St. Hagen gegen TJ Dillashaw sehen. Ich denke, St. Hagen hat sich seinen Titelfight verdient. Und Dillashaw, der ja wieder kämpfen darf, mich überrascht, dass er keinen Kampf gebucht hat, der wieder kämpfen darf, der sollte gegen wen anders kämpfen. Kurz zu TJ Dillashaw. Ja, es überrascht mich. Ich dachte eigentlich, okay, ehemaliger Champion, die UFC hatte sehr, sehr, sehr viel Hoffnung in ihn gesteckt. Dass er jetzt nicht kämpft und noch keinen Kampf steht, obwohl er ja wieder frei kämpfen darf, überrascht mich ein bisschen. Mal schauen. Vielleicht wartet die UFC tatsächlich auf diesen St. Hagen Fight. Oder TJ Dillashaw gegen Jossi Aldo. Ich hatte darüber mal in einer Episode gesprochen, hier beim Wheel of MMA Podcast. Wäre auch eigentlich eine spannende Geschichte. Im Main Event sahen wir einen sehr langsamen Overeem gegen einen sehr motivierten Alexander Wolkow. Ich muss sagen, dass Overeem mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich hatte doch mehr erwartet. Vor allem war Overeem langsam, nicht so schnell, nicht so explosiv, wie man ihn kennt. Und ja, natürlich ist er älter geworden und er ist nicht mehr der Jüngste. Aber trotzdem hat er in seinen letzten Kämpfen gut performt. Und das war jetzt nicht der Fall. War Wolkow zu gut? War Overeem einfach zu müde? In der zweiten Runde war ja Sense mit seiner Ausdauer. Da war ja nichts mehr. Wolkow hat ihn da ziemlich gut bearbeitet. Auch als Overeem zu Boden gegangen ist, als er da auf seinen Knien lag, da ist ja nichts mehr gekommen. Deshalb ist der Referee auch dazwischen gegangen. Schade. Ich denke, für Overeem reicht es nicht mehr. Wolkow, dieser Sieg, macht das Heavyweight nochmal einen Ticken spannender, weil man dazu sagen muss, klar. Ja, Wolkow hat jetzt gegen Overeem gewonnen. Wir sehen bald Rosenstruik gegen Cyril Ghan. Dann sehen wir bald ebenfalls Curtis Blades gegen Derrick Lewis und eben Nganu gegen Jones. Das heißt, ja, ich denke nicht, dass Wolkow gegen den Sieger aus Rosenstruik gegen Ghan kämpfen wird. Aber ich denke, er wird gegen den Sieger aus Blades gegen Derrick Lewis kämpfen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gut wird Wolkow gegen das Ring von Curtis Blades ankommen? Denn, sind wir mal ehrlich, wir wissen, wie Derrick Lewis auf Ringer reagiert. Schaut euch dafür Derrick Lewis gegen Daniel Cormie an. Und dann sehen wir, was Curtis Blades auch mit einem Derrick Lewis veranstalten wird. Ich will nicht sagen, dass Curtis Blades sein Ring auf dem selben Niveau ist, auf dem selben Level wie ein Daniel Cormie. Aber Curtis Blades sein Ring ist in meinen Augen aktuell das Beste im Heavyweight. Ganz klar. So, dann haben wir einen kommenden UFC-Paperview. UFC 258 Kamala Usman vs. Gilbert Burns. Und das enttäuscht mich doch sehr. Bin ich ehrlich. Die Maincard, die enttäuscht mich ein bisschen. Wir haben im Co-Main-Event Macy Barber gegen Alexa Grasso. Das ist das Co-Main-Event von einem UFC-Paperview. Ich weiß nicht, warum. Also, klar. Ich denke, das ist so eine Maincard. Die hätten Sie buchen können, wäre Jon Jones im Main-Event. Die hätten Sie buchen können, wäre Khabib im Main-Event oder Conor McGregor. Aber Usman gegen Burns und dann eine relativ schwache Maincard von den Namen her, überrascht mich ein bisschen. Auf der anderen Seite haben wir ganz klare Knaller auf dieser Karte. Wir haben Pedro Munoz gegen Jimmy Rivera. Das verspricht einen geilen Fight. Wir haben Kevin Gastelum gegen Ian Hainisch. Das wird ein geiler Fight. Wir haben Usman gegen Burns. Das wird vermutlich nicht der spannendste Fight, aber das wird MMA auf dem allerhöchstmöglichen Niveau. Kamaru Usman, ein Weltklasse-Ringer, Gilbert Burns, ein Weltklasse-Brasilien-Jiu-Jitsu-Artist. Und das wird ein so wahnsinnig guter Fight. Die beiden hatten schon an die 200 Sparringskämpfe gegeneinander. Hat zumindest Gilbert Burns gesagt. Oder waren das 200 Runden, eins von beidem. Und die beiden kennen sich. Die beiden wissen, wie der andere kämpft. Aber hier trifft Ringen auf BJJ und das auf einem Weltklassen-Niveau. Kamaru Usman kann sich mit einem Sieg in Richtung greatest of all time und welterweight positionieren. Und ja, das ist eine gewagte Aufsage, weil das Welterweight die Gewichtsklasse von George Stempier ist. Aber Usman hat top-performed gegen Tyron Woodley, top-performed gegen Corey Covington in der fünften Runde. Und jetzt sehen wir mal, wie er gegen Gilbert Burns performen wird. Und natürlich auch fünf Runden gegen Mars Vidal super-performed. Klar, Usman hat Mars Vidal auseinandergenommen in einem Fight, wo jeder für sich entscheiden darf, ob er den jetzt langweilig fand oder nicht. Aber Usman vs. Mars Vidal war eine Glanzleistung von Usman. Jetzt kommt es eben zu diesem Fight gegen Burns. Geiler Fight. Ich persönlich glaube, Usman wird das machen über die Zeit. Ich denke, das Ganze wird wieder eine Decision. Da wird sehr viel gerungen, sehr viel gegrappelt auch. Da werde ich mich drauf freuen. Oder es wird aussehen, wie bei Usman gegen Covington, dass beide Kämpfer zu viel Respekt vor den Grappling-Skills des anderen haben und deshalb im Stand kämpfen. Das war ja meine Vermutung, als ich Usman gegen Covington gesehen habe. Okay, die beiden wissen, der andere ist verdammt stark im Ring. Jetzt striken sie und dann haben sie tatsächlich fünf Runden lang gestrikt, was ein richtig, richtig guter Kampf war. Also Usman gegen Covington, schaut euch den unbedingt an. Auch in voller Länge lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Kevin Gaslum, boah, schwierig. Drei Niederlage in Folge. Schade auch. Ich meine, wir reden hier von dem Typ, der fast gegen Adesanya durch Knockout gewonnen hat. Da hat Adesanya so einige Male stark getroffen und ich nehme Gaslum vs. Adesanya auch immer als Referenz, warum ich glaube, dass Blachowicz gegen Adesanya gewinnen wird. Jetzt trifft er auf Ian Heinisch. 14-3 steht Heinisch. Wäre mir eine solide, ja, es ist im Endeffekt eine Fight Night beim Titelkampf im Main Event. Usman gegen Burns hat definitiv Pay-Per-View-Main-Event-Niveau, gar keine Frage. Aber ansonsten ist die Karte doch relativ, relativ normal besetzt. Könnte eben auch eine UFC-Fight Night sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich drauf. Es sind einige gute Kämpfe dabei. Chris Whiteman gegen Juarez Hall ist leider ausgefallen, weil Chris Whiteman positiv auf Covid getestet worden ist. Und das hat ihn sehr, sehr zugesetzt. Also Whiteman hat da zwölf Pfund innerhalb weniger Tage verloren. Konnte nicht trainieren. Ihm ging es da richtig dreckig. Und er ist nicht der erste Kämpfer, der das berichtet. Leon Edwards. Bei Leon Edwards war das ebenfalls der Fall. Der hat sehr stark abgenommen und konnte nicht trainieren. Und Schimalf, der war auch so stark erkrankt, dass er nicht trainieren konnte. Ähm, ja. Bleibt so hoffen, dass der Rest auf der Karte gesund bleibt. Bleibt auch so hoffen, dass ihr alle gesund bleibt. Und deshalb würde ich euch auch schon in die nächste Woche entlassen. Danke Leute fürs Zuhören. Haut eure Prognosen für UFC 258 unten in die Kommentare. Gratis-Monat bei DAZN gibt es in der Insta-Story von WeLoveMMA. Deshalb checkt sie auf jeden Fall aus und folgt auch WeLoveMMA bei Instagram. Das lohnt sich. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020